Dass ich so traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß nicht, was alles bedeutet, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Und ich hatte zuerst geglaubt, Gedichte lassen sich nicht verkaufen. Aber dieses Buch machte sie schließlich unsterblich. Womit meine Hölle begann, bitte? Ständig mahnten sie mich zur gesteigerten Produktion an. Für Sie ist ein Autor doch nur eine schreibende Maschine, völlig unempfindlich.